Freude, Wut, Ekel, Furcht, Verachtung, Traurigkeit und Überraschung. Werden die sieben menschlichen Basis-Emotionen auch unsere zukünftige Arbeitswelt maßgeblich beeinflussen? Oder werden doch Roboter den Takt vorgeben? Der 21. Infotag des Netzwerks Betriebliche Gesundheitsförderung in der Linzer Anton-Bruckner-Universität beleuchtet das Spannungsfeld Mensch und Maschine. Es wird natürlich immer Menschen geben, die ein Problem haben mit Veränderung. Die Frage ist nur, ob man das gewissermaßen auf dem Weg des Bejammerns und Beklagens verstärkt. Aber Computer werden immer ziemlich doof bleiben im Sinne dessen, was Intelligenz eigentlich ist. Wir sehen momentan ja in der gesamten Wirtschaft eine Veränderung der Arbeit zur Wissensarbeit. Und Wissensarbeit können sie nur machen, wenn sie mit ganzer Seele dabei sind, wenn sie einen freien Kopf haben. Und deshalb ist eine der großen Herausforderungen für die Unternehmen, Sinn zu produzieren. Die Digitalisierung wird die Arbeitswelt mit Sicherheit in einem Maße verändern, wie wir es bisher nur durch die industrielle Revolution Anfang des 19. Jahrhunderts erlebt haben. Die Experten sind sich aber einig, dass in der Arbeitswelt 4.0 noch immer viele Menschen mit Interessen und Wünschen am Werk sein werden. Daher stellt sich natürlich die Frage, ist der Mensch eine Maschine oder nützt die Maschine, um dem Menschen auch die Emotionen noch ausleben zu können. Sie können sie schon gänzlich unterdrücken, aber dann kommen sie irgendwo anders darauf. Die Zahl von der Weltgesundheitsorganisation sagt, dass die achthäufigste Krankheit heute die Depression ist. Wenn man diesen Zahlen glauben schenken darf, ist im Jahre 2020, das sind vier Jahre, das haben wir alle noch erlebt, die depressive Verstimmung und die Depression die zweithäufigste Krankheit. Furcht, Wut, Verachtung und Trauer. Alle diese Emotionen werden auch in der Arbeitswelt 4.0 Auslöser für psychologische Krisensituationen sein. Ich glaube, dass es eigentlich nur ein Rezept dazu gibt. Es geht um Bildung, ob es jetzt der kleine Tischler ist oder die große Industrieunternehmen. Alle unterliegen diesem Wettbewerb, alle nutzen ihre Chancen und ihre Möglichkeiten und ich glaube, das kann man nur mit einer topmotivierten Mannschaft machen. Ein bekannter Brillenhersteller in Oberösterreich setzt sich bereits seit Jahren mit der Gestaltung der Arbeitsbedingungen im Unternehmen auseinander. Gesundheitsförderung ist fixer Bestandteil der Unternehmenskultur. Ein eigenes Programm regelt die Ressourcen dafür und garantiert die Umsetzung. Wir produzieren hier zum Teil auch mit Maschinen, die nicht unbedingt leise sind. Wir haben vor einigen Jahren auch begonnen, hier mit Wissenschaftlern Maßnahmen zu entwickeln, um die Geräuschbelastung für unsere Mitarbeiter zu reduzieren. Das heißt, wir haben Paneele aufgehängt, um letztendlich dann die Lautstärke zu reduzieren und das Arbeiten für die Mitarbeiter angenehmer zu machen. Da möchte ich vielleicht nennen, wirklich unser sogenanntes MGZ, unser Medizinisches Gesundheitszentrum. Wir haben dort eine Krankenschwester beschäftigt, vier Tage die Woche. Wir versuchen wirklich auch medizinische Grunduntersuchungen bis hin zur Vorsorgeuntersuchung kostenlos und am Standort hier anzubieten. Bei den Krankensteinen erkennen wir es, wir haben eine extrem niedrige Krankenstandsquote, die zwischen 3 und 3,5 Prozent im Gesamtunternehmen sind. Und dieser niedrige Krankenstand ist, glaube ich, extrem erfolgreich bei uns. Die Effekte solcher Maßnahmen sind nachhaltig und messbar. Vor allem liefern sie eine Win-Win-Situation für Arbeitnehmer und Arbeitgeber. Es ist langfristig messbar, dass die Unternehmenserfolge einfach steigen, die Gewinne wachsen. Wir wissen, dass Betriebe, die betriebliche Gesundheitsförderung machen, von den Krankenstandszahlen rückläufige Entwicklungen haben. Und das ist, denke ich, Grund genug, diese BGF-Geschichte weiter zu unterstützen. Auch im Gesundheitsministerium weiß man, wie wichtig ein gesunder Arbeitsplatz ist. Der betrieblichen Gesundheitsförderung räume ich einen Spitzenplatz ein, weil das Prävention an erster Stelle ist, überhaupt Arbeitsverhältnisse zu schaffen, die darauf einwirken, Einfluss nehmen, dass Krankheiten arbeitsplatzbedingt, arbeitsbedingt nicht entstehen können. 500.000 gesunde Arbeitsplätze österreichweit sind eine deutliche Erfolgszahl. Denn in Zeiten des rasanten technischen Umbruchs bleibt den Unternehmen oft nur eine 100 Prozent sinnvolle Investition. Die in die Gesundheit ihrer Mitarbeiter. Denn mit gesunden und ausgeschlafenen Leuten schafft man jeden Wandel, egal wie er aussieht. Also zum nächsten Mal.